Chantal, heu leise. Es war noch niemals leicht für Jugendliche schon vor der Pandemie. Zusammenfassend kann man aber sagen, so gearrscht waren sie noch nie. Homeschooling nervt doch nur, kaum was gelernt, fehlt Spaß noch beim Abitur. Schule auf, dann wieder zu. Schule auf, dann wieder zu. Du willst feiern mit deiner Crew, doch die Clubs, die sind alle zu. Zu Haus, deine Eltern und du und es gibt keine Party. Oh Corona, ohne Rona und es gibt keine Party. Alle Alten sind geimpft und voll am Start und du kriegst nicht mal die Klassenfahrt. Die Studis sind auch von der Rolle, kein Spaß und kein Nebenjob. Ich war ja Bar-Dame. Auf zu viel Geld für die armen Studis hat die Kali-Check kein Bock. Mit Ausbildungsplätzen ist auch voll mau. Aufstiegschancen so klein wie beim HSV. Wohnen ist teuer wie Schwein, sieh wieder zu Hause ein. Du bist fit so wie ein Turnschuh, aber Sport ist grad voll tabu. Die Politik hört dir auch nie zu und ist nicht so empathisch. Wie alt bist du? Zwölf. Naja gut. Und es gibt keine Party. Du willst die Welt sehen, doch die hat zu. Wer ist jung und sieht alt aus, du. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von extra 3. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt. Itche. Ja geht, also. Ich bin bei der Glocke. Das ist hier bei der Glocke. Am Ende. Dramatisch. Mirj認為 das mit der Glocke.